Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Episode von Broken Age und wie es der uralte Brauch so will, neue Folge, mal wieder, ein Charakterwechsel, was denn sonst? Wir sind also wieder mal bei Vela und müssen irgendwie eine Bombe basteln. Gute Frage ist mal wie, denn Vela will irgendwas in die Luft sprengen. Gut will ich auch, aber trotzdem. Hast du irgendeinen Plan? Ich wünsche mir einfach, dass ich zurückgekommen kann und sie holen. Also, wir müssen sicher, dass es Teil unserer Planung ist. Mm-hmm, mm-mm. Stopp us now. Okay, I'm going back to work on the plan. Okay, I'll keep an eye on Merakai from here. Die wird hier schätze ich mal nicht zufällig irgendwo herumliegen. Build a bomb, get it off the ship and drive the ship out of here. No, I got it. Ja, ist ja alles easy. Alles kein Problem. Haben wir irgendwas dabei, was ich verwenden könnte? Ja, den Todeslaser kann ich ja leider nicht benutzen. Schade. So, was hast du zu sagen, Hexagel? Thanks for busting us out of there, girl. What are you doing now? Warning people about that dangerous window? Good idea. We learned our lesson there, didn't we? Oh, ja. Aber gucken wir eigentlich mal nach, was ist eigentlich... Ich meine, hier haben wir ja die Puppe von Shea wegbewegt. Kann ich hier eine Runde pennen gehen? Nee. Und sonst ist hier auch nichts mehr. Ja. Hm, interesting. Oh, quit with the sad stuff, Magchatra. You brought this on yourself. Ja, mittlerweile wissen wir ja, dass die ganze Geschichte ein bisschen anders lief. Aber gut. Es ist die letzte Frau. Die Frau, die unser Wessel verbringte. Was über die Frau? Sie ist... ...signifikant zu ihm, irgendwie. Er war bereit, alles für sie zu riskieren. Zweifel. Denkst du, dass er einen Sprecher gefunden hat, der die Formation könnte? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die anderen Sprecher brauchen. Entschuldigen sie alle. Und schuldigen sie. Und schuldigen die Materialien. Nachdem Sie die Lande reparieren, Marakai. Ich möchte, dass der Kanzel nicht herausfinden, wie Sie fast geschafft haben, zu verlieren einen Kollektor in den Badlands. Ja, Herr. Soll die Mutter. Du kennst die Regeln, Marakai. Sie kam in Kontakt mit einem unpürfeten Primitiven. Wer weiß, wie viele Krankheiten sie hat. Ja, Thrush Master. Ich werde die Verbraucher initiieren und... ...eine die Verbraucher vorbereiten. Schau, Marakai. Es ist ein Quiver in meinem Blut. Ja, um zu verhindern, dass ich die Mutter kennenlerne. Dafür ist es ein bisschen zu spät, hm? Marakai. Ja, da kann ich nicht viel machen zur Zeit. Leichengesicht. Auch ne schöne Umschreibung. Das heißt also, ihr geht momentan nicht wirklich viel, hm? Dann wieder zurück. Verpieseln wir uns. Wir waren niemals hier. Okay, weiter auf der Suche nach Bombenmaterial. Puh, ich kann ja natürlich jetzt mal hier reingucken. Die Türen sollten ja theoretisch alle offen sein. Dafür habe ich ja gesorgt. Ich glaube, ich habe dein Bett gefunden, Dutch. Wo die Magik passiert. Zwischen dir und der Spoon hier? Nein. Dieser Mann, wir und ihn hatten ein großes Essen über ein paar Tage. Wer gewonnen hat? Du siehst nicht mehr, oder? Uiuiuiui. Da bist du. Und so schön und clean. Kann ich sogar mitnehmen. Gut zu wissen. Aber sonst... Hm. Da hast du einen richtig guten Job gemacht. Oh Gott. Wo ist dein Schiff? Okay. Hier mal anscheinend nix mit Bomben. Wo zur Hölle könnte man auf diesem Schiff ne verdammte Bombe finden? Ach, jetzt sind wir wieder hier im Kartenraum. Hallo. Hallo. Doom. Humiliation. 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 Excuse me? Initializing. Hallo. Und danke dir für die Spacewiever 6X für Verkaufung. Ich bin programmiert für die Bestellung der Verkaufung auf dem Markt. Okay, wo wir eine Karte finden, wissen wir ja, haben wir gerade gesehen. Murakai hat eine. Da kommen wir aber noch nicht vorbei. Hm. Okay. Hier geht auch nicht viel. Schade. Schade. Es sieht aus, wie es ein paar Teile gibt. Ich kann es nicht durchkommen. Warum denn nicht? Quetsch dich durch. Bist sowieso so spitteldür. Da geht das schon. Geräusch. Wer denken sie, dass sie mit diesem Baby-Bereich sind? Ja, Shay anscheinend. Bei dem hat es ganz gut funktioniert. So, hier links waren ja die Teleporter. Gucken wir mal hier. Wir haben ja noch haufenweise andere Räume, die wir durchsuchen können jetzt. Ah, der Eiscream-Lawinenraum. Hey, kamen diese Wipp-Cream-Gunnen aus? Ja, nein. 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 Nein, doch nicht. Moment mal, ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch. Aha. Ah. Damit komm ich doch sicherlich hoch für. Was zur Hölle hab ich mit Wolkenschuhe? Und nur die Frage ist natürlich, was bringt's mir? Ach, ich komm zumindest zu Ihnen hoch. Ja, genau das wird's wahrscheinlich auch sein. Ja, genau das wird's wahrscheinlich auch sein. Oh, okay. Klingt ja wahnsinnig lecker, muss man sagen. Also, ich glaub ich's lass lieber, davon ne Kostprobe zu nehmen. Aber sonst geht hier mal nicht viel. Schätz mal, damit geht auch nix, ne? Wenn die Puppe drauf packen. Oh, das hat mir echt was gebracht. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht erwartet. Kann ich ja auch noch. Creme reinfüllen. Ja, wer weiß. In dem Spiel kann man nie wissen, was man gebrauchen kann. Aber gut, ich hab ne aufgeblasene Gummipuppe. Sehr schön. Wer will das nicht gerne haben? Okay, hier geht's nicht weiter. Hä? Was? Okay, das gehört wohl irgendwie zu nem Ritzel. Nur weiß ich noch nicht was. Oh, Moment mal. Dieser Raum. Da war ich noch nicht drin. Heißt also. Wir gucken natürlich mal rein. Och, was ist denn los? Nicht weinen, Leute. Wir wollen nicht. Einen jungen Gero ist verloren. Er hat uns so viele Mal geholfen. Er hat uns so viele Mal geholfen. Ich bin so froh. Aber es war wirklich kein Problem. Ach, ich liebe diese Stofftiere. Ich habe einen jungen Helden genau hier. Das ist sehr optimistisch. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Ich hätte zwar noch ein paar andere Optionen gehabt, die ich auswählen konnte beim Gespräch. Ich will noch gerne wissen, was die anderen Optionen sind. Oh Gott. 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 nicht wirklich. Okay. Gut, dann mal wieder auf in den Kartenraum. Und dann geben wir den Navigationscomputer mal den Garn. Dann kann er vielleicht wieder irgendwas machen. Hoffe ich mal. Wobei mich das noch immer glaube ich nicht irgendwie einer Bombe näher bringt. Die ich ja eigentlich bauen sollte. Do you need some yarn? Yarn? Did someone ask if I need yarn? Why, yes I do. And you. Ew. What is that tangled mess? It looks like it was coughed up by a giant rat. The Spaceweaver prefers well-wound screws of yarn. Ideally served upon a fresh spindle to replace his own. Ah, service on this ship has ringed on your head. Okay, ich brauche noch irgendwo eine Spindel, wo ich den Garn aufrollen kann. Wo bekam ich denn das wieder her? Ich glaube nicht unbedingt, dass ich das bei der Eislawine herbekomme. Moment mal, kann ich ihn vielleicht einfach mit der Gabel wie so Spaghetti aufrollen? Hey, denkst du, du könntest dieses messige Garn aufrollen? Das ist, was ich geboren zu tun. Na dann mach. Ha, nice. Nice. Okay, gleich wieder mal zurück. So, frisch aufgewickelt. Ich hoffe, das passt jetzt. For? My name, it's Lorraine. Lorraine, I need you to do something really important for me. I've been waiting to hear those magic words all my life. Spaceweaver. Hello, and thank you for considering me. Yes! Huh? Oh, ah. That's the stuff. So, can we go somewhere now? Absolutely. Okay, jetzt muss ich mir also nur noch die Karte besorgen. Ah, da steht noch immer Marika im Weg. Ach, scheiße. Kann man natürlich auch wieder mal zu den Teleporter gucken. Oh, warte mal, ich könnte doch eigentlich theoretisch, wenn ich durch den hier gehe, dann komme ich doch auf der anderen Seite raus. Vielleicht kann ich mich da irgendwie an die Karte reinschleichen. Vielleicht. Hey! Okay, Klappe zu. So, hier geht ja eigentlich noch immer nix, oder? Ne. Immer noch verschlossen. Hey, da ist aber die Karte. Ach, scheiße. Meb. Da hat mein Plan nicht so ganz funktioniert. Hey, Mel. Hey, Mel. Okay, aber wie ich auch gerade bemerke, der mittlere Teleporter funktioniert jetzt auch wieder. Gut, hier komme ich ja zum Müllschlucker. Also... Hallo? Hey, da. Ich wusste, du fachst es. Hey, ich gehe zu einem mehr sensitiven Ort, als du zwei. Also, natürlich, ich bin mehr sensitiv zu Power Surgen. Aha. Ja, ja, kaufe ich sie ab. Ja, vielleicht vier Sterne. Fünf ist ein bisschen übertrieben. Danke. 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 Good luck. Must have been trying to warn me about falling ship parts. Okay, wieder mal ein neuer Raum. Sehr schön. Und ob wir hier jetzt dann schlussendlich eine Bombe finden oder nicht, das sehen wir dann wahrscheinlich erst in der übernächsten Episode von Broken Age. Und bis dann, tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich. tchesse.